Wenn du im Oktober, November oder Dezember noch einen Online-Shop aufbauen möchtest, dann solltest du dir diese drei Nischen anschauen, die genau jetzt hoch profitabel sind. Am Ende vom Video verrate ich dir einen genialen Trick für die Produktsuche, von dem du sicher noch nicht gehört hast. In den Wintermonaten wird es dunkler. Durchschnittlich geht die Sonne erst um 8 Uhr morgens auf und um 16 Uhr schon wieder unter. Die Menschen sehnen sich nach Licht. Deswegen steigt auch die Nachfrage nach LED-Produkten von Juni bis Dezember um 344%. Das heißt, es suchen viel mehr Menschen nach genau diesen Produkten. Verkaufst du jetzt beliebte LED-Artikel für den Garten oder für die Wohnung zur Dekoration? Dann macht das deinen Start spielend einfach. Weihnachtszeit ist Backzeit. Neben Muttertag und Vatertag hat die Nachfrage im Dezember ihren Höchststand. Um genau zu sein, wollen dreimal mehr Menschen backen als im Juli. Das bedeutet, dreimal so viele Verkäufe wie den Rest des Jahres. Von Form über Geschirr bis hin zur Dekoration. Auch hier gibt es jedes Jahr brandneue Produkte, mit denen du deinen Durchbruch erleben kannst. Was machst du? Spätestens einen Tag vor Weihnachten? Ja klar, du kaufst auf den letzten Drücker noch ein paar Geschenke. Genauso wie dir geht es Millionen von Menschen. Bloß dass sie nicht auf den letzten Drücker, sondern bereits ab November mit der Geschenkesuche starten. Geschenk für die Freundin, Geschenk für den besten Freund, Geschenk für die Mutter, Vater, Oma, Opa. Es gibt unzählige Produktideen. Auch hier lassen sich schnell 5- bis 6-stellige Umsätze verdienen. Mein Geheimtrick, zwei Trends miteinander zu kombinieren. Was meine ich damit? Dass im Oktober, November und Dezember das Suchvolumen nach Weihnachten steigt, ist vollkommen klar. Wie du auch bereits weißt, steigt die Nachfrage nach Backen drastisch. Kombinierst du jetzt diese zwei Nachfragen, hast du den Megatrend. Weihnachtsgebäck. Das heißt, du verkaufst Backartikel speziell für Weihnachten. So kannst du deine Produkte gezielt Menschen zeigen, die sich für Weihnachten und Backen interessieren. Also, einfacher kann man keinen Umsatz machen. Hey, sind wir mal ehrlich. Ein Online-Shop mit einem Baukastensystem aufzubauen, ist heute keine Kunst mehr. Das ist wie Tetris oder mal nach Zahlen. Aber einen Online-Shop aufzubauen, der Kunden gewinnt, Umsätze generiert und langfristig profitabel ist, das ist Champions League Niveau. Das, was du gerade hier gesehen hast, war so viel von dem Wissen, was wir uns seit 2018 bei der Baumdeck GmbH aufgebaut haben. Das bin nicht nur ich alleine, sondern ein ganzes Team aus begeisterten Menschen, die das Thema E-Commerce lieben. Wir helfen Menschen, sich nebenbei einen Online-Shop aufzubauen und so den Sprung in die Selbstständigkeit zu schaffen. Bestes Beispiel sind Olli und Lisa, die sich durch ihren neuen Online-Shop mit über 400.000 Euro Umsatz ihr Traumleben auf Bali ermöglichen konnten. Sie sind dadurch unabhängig und genießen jetzt ihre Freiheit. Das hat nichts mit schnell reich werden zu tun, sondern mit einer nachhaltigen Zusammenarbeit, die planbare und messbare Ergebnisse produziert. Warum sage ich dir das? Naja, wenn du auch ortsortabhängig arbeiten, selbstbestimmt leben und ein hohes Einkommen verdienen willst, dann ist das, was wir machen, wahrscheinlich sehr relevant für dich. Also, wenn du mehr erfahren willst, dann klick jetzt hier in dem Video auf den Button und wir sehen uns gleich auf der nächsten Seite wieder. Melde dich an zum kostenlosen Erstgespräch und wir finden heraus, ob ein Online-Shop in deiner Situation Sinn macht und was du realistisch erreichen kannst. Ich freue mich auf dich.